Unsere erste Ausfahrt mit Peppa Yoda ging in den Schwarzwald. Hier haben wir uns für einen Hof über Landvergnügen entschieden. Und zwar dem Schmiedshäusle in Buchenbach-Wagensteig. Der Hof liegt in idyllischer Lage mit herrlicher Aussicht. Der Bauer züchtet unter anderem Dexter-Mini-Rinder, aber auch Ziegen, Schafe und Schweine. Ebenfalls werden auch Weihnachtsbäume angepflanzt und vertrieben. Aufgrund von der Jahreszeit gab es diese allerdings nicht zu kaufen. Die letzten drei Kilometer zum Hof führen über eine einspurige Teerstraße mit einem Anstieg bis zu 7% Steigung. Wir hatten Glück, dass uns auf dem Weg kein anderes Auto bzw. Wohnmobil begegnet ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf der Wiese war ebenfalls ein Grill vorhanden, welchen man nutzen hätte können. Strom- und Wasserversorgung war keine vorhanden. Leider hatte der Hofladen bei unserer Abreise keine Produkte zum Kaufen. Wir hätten uns sehr gerne im Hofladen bedient. Uns hat es super gefallen und wir werden den Hof auf jeden Fall wieder mal besuchen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.